Musik Verschiedenste Musikstile, wie zum Beispiel Musical, können so an außergewöhnlichen Orten erlebt werden. Das Ganze aber immer in Verbindung mit einer Inszenierung. Wie jetzt zuletzt im historischen Dürnberger. Jas Rösing, Karin Schubert und Gitti Rösing schlüpfen dabei in die verschiedensten bayerischen Räumen. Dabei haben die Darsteller natürlich auch... Ich spiele ja wahnsinnig gern. Bei mir ist die Herausforderung eigentlich nicht der Tanz, nicht das Spielen, sondern wenn, dann eher der Gesang. Da ich halt eher von der Tanzerei her komme. Und immer das, was man zuletzt lernt, glaube ich, da hat man immer am meisten Respekt davor. Musik Besatzungszeit, Fußball oder auch die bayerische Vetternwirtschaft. Also das komplette Spektrum. Fabian Siedlmann